Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Next Space Rebels. Ja, wir sind ja schon sehr sehr nah dran, ähm, ähm, ja, in den Weltraum zu fliegen. Und ich würde sagen, wir machen jetzt offiziell auch den Fähigkeitsnachweis. Denn, ich habe die Vermutung, dass wir das schaffen können. Und wir dafür nur ein bisschen, ja, noch ein bisschen was brauchen. Und ich demnach jetzt gedacht habe, wir nehmen hier links und rechts so kleine Holztanks. Weil viel kann ja nicht mehr gefehlt haben. Wir machen sozusagen zwei Booster-Tanks da draus. Na, warte mal, ich mache mal anders. Dann nehmen wir jetzt oben noch die Mütze drauf. Nehmen das Ganze, machen das so. Und dann einmal um 180 Grad. Verbinden. So, und jetzt müssen wir dann natürlich noch die Tanks zubauen. Sauerstoff muss natürlich nicht so groß sein. Deswegen kommt der nach oben. Dann gibt es noch den Treibstoff. Dann nehmen wir den Tank jetzt hier, denke ich. Schauen wir mal, ob wir die Verbindung hier irgendwie rauskriegen. Müssen wir mal vielleicht doch gucken, dass wir... Ne, das ist zu eng, okay. Da brauchen wir dann sozusagen so kleinere. Schauen wir uns an, wo die verbunden gehören. Da hinten. Denn wir müssen natürlich auch planen, wie wir das Ganze dann hier vorführen. Das ist natürlich jetzt die Sache. Wir müssen das Ganze so machen, dass das passt. Und auch gut sich zusammenführen lässt. Deswegen müssen wir jetzt hier Verbindungselemente... Das ist echt problematisch. Ich sag's euch. So, okay. Die krieg ich hier ran, okay. Jetzt muss ich nur noch... ...das da angeschlossen bekommen. Dann brauche ich einen neuen... ...der sich da anschließen lässt. Und dann noch einen Sauerstoff... ...Injektor. Kann ich den drehen? Hier hoch geht das rein. Das ist schon ganz oben. Können wir euch weiter runter verschieben. Den hier irgendwie so einsetzen. Was natürlich die Herausforderung jetzt in dem Fall ist, dass wir schauen müssen... ...dass das Ganze hier... ...einwandfrei verbunden ist. Ah, schau an. Jetzt haben wir schon ein Problem, dass wir sozusagen... ...ja. Das Ganze über... ...sehr, sehr überfüllt haben. Okay, dann müssen wir halt anders vorgehen... ...und wir müssen... ...sozusagen die Stage lassen. Hier oben umbauen. Das Ding nochmal nehmen, hier oben ansetzen. Jetzt können wir die... Oh, jetzt ist die ganze Verkabelung gebrochen. Mensch, ey. Jetzt müssen wir sich einfach raus und rum wieder verkabeln. Das gibt's doch gar nicht. So. Die Verkabelung passt wieder. Okay, 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 okay. Jetzt rein theoretisch kann ich natürlich hier oben noch so einen... ...etwas kleineren Tank jetzt reinsetzen. Wie zum Beispiel so... ...ein Verbindungselement... ...über das wir jetzt hier wiederum... ...frei verfügen können, damit das Ganze dann am Ende sich schön zusammenfügt. Haben wir ein bisschen mehr Kraft hier drin. Dann brauchen wir von der Kinetik... ...und dann geht es halt an die neuen Teile. Und ich hab hier überlegt, dass wir sozusagen eine... ...wohl, Holzrappete ist halt doch Schrott, ne? Wir haben die NSA-Teile rein theoretisch. Schauen wir uns mal an, was wir da haben. Wie wir das Teil nehmen. Ich muss halt jetzt gucken, dass ich sozusagen das doch irgendwie so baue, dass es funktioniert. Wird, wir nehmen die Kinetik. Ich tu hier nochmal eine Steuerung rein. Und... ...mach dann hier oben... ...nei, wo ist der MSR nochmal? NSA. Hier oben noch so ein Teil drauf. Mit der Spitze. An. Muss ich gucken, wie ich das am Schloss jetzt mach. Dadurch fließt es auf jeden Fall nur das Zeug durch. Das ist vorteilhaft. Was ist denn der kleinste Sauerstoffdagnet in der zweiten? Denn das Triebwerk wäre jetzt so ein... Na, Closed-Cycle hätte ich nicht. Ich hätte gerne gut Open-Cycle. Dichter. Du gehst da ran schonmal. Das ist schonmal eine klare Entscheidung. So. Jetzt halt brauchen wir natürlich noch den passenden... ...Treibstoff-Tank. Den ich mit Sauerstoff... Oha, jetzt ist natürlich das wieder zu... Oha, come on. Treibstoff, dann nehmen wir... Müssen wir ja dich nehmen. Und hoffentlich geht der billige Sauerstoffdagnet noch. Ach, jetzt geht kein Verbindungselement mehr. Halleluja. Nehmen wir ein kleineres, älteres Triebwerk. Ein bisschen billigeres, weil wir sind eben Weltall. Dich hier. Nun sollte ein Verbindungselement für die Sauerstoffinjektion ja noch reichen. So, wenn wir das anschauen. Klack. Zack. So. Dann sollte das ganze Ding ja passen. Dich hier tun wir mit 1 entkoppeln. Genau. Ah, warte. Es fehlt noch ein Teil. Hätte ich beinahe vergessen. So eins der wichtigsten Teile auch noch dazu. Was natürlich mit der 1 dann mit entschieden werden muss. So. Du hier. Wirst auch mit der 1 geschaltet. So. Wenn ich mir das anschaue, ist das Ding doch relativ stabil, oder? Also es schaut auf jeden Fall gut aus. Wir schießen mit der unteren Booster Stage das Ding nach oben. Umkoppeln dann ab und aktivieren. Kann ich das hier? Die automatische Steuerung. Da kann ich immer noch nichts machen. Okay. Dann würde ich sagen, let's build this thing. Schauen wir wie hoch das Teil ist am Ende. Holy shit. Ich würde sagen, 3, 2, 1. Lift off. Und tschüss. Das kompakte. Ja, der Treibstoffverbrauch passt jetzt besser. Ich habe ja noch einen Treibstoff-Tank dazu getan. Der Flugwinkel ist glaube ich absichtlich schon so. Vermut's mal. Immerhin kann ich es mir nicht anders vorstellen. Sagen wir es so. Kann ich bitte auf die andere? Ja, dankeschön. So, die gibt jetzt Vollboost. Aber der Tank ist auch bald leer. So, das war jetzt der Tank. Wir haben eine horizontale Geschwindigkeit von 4,5. Oh, ganz knapp. Uns fehlen noch 3,4 Kilometer pro Sekunde. Ah, come on. Als ob das jetzt nicht geklappt hat. Oh, das ist doch traurig. Passiert überhaupt was mit unserer Geschwindigkeit? Sinkt die überhaupt noch? Ich glaube nicht mehr. Obwohl ich vermute... Es ist schade. Echt schade. Dass es kein... Ähm... Keinen... Wie soll ich sagen? Keinen, ähm... Vorspult-Button gibt. Ich würde so gerne gucken, wie weit wir fliegen. Weil wie es ausschaut, verlassen wir jetzt das komplette Festland. Und fliegen... Übers Meer. Wir scheinen ja echt gut dabei zu sein. Die Höhe. Sie stabilisiert sich. Die Entfernung beträgt mittlerweile 300 Kilometer. Was natürlich noch beträchtlicher ist. Die Masse ist nur noch 90 Kilo. Äh, Loopings haben wir 0 hingelegt. Treibstoffrate ist natürlich weg. Vertikale Geschwindigkeit. Ah, schon, da sinken wir es aber. Mit der beträchtlichen Sache. Bedeutet, jetzt geht es dann wieder bergab. Aber. Das ist auch nicht, was wir machen wollen. Ja, wir gehen wieder zurück. Weil, äh, 400 Kilometer. Epischer Tag freigeschaltet. Ähm, richtig verbunden. Für die Verwendung von mindestens 10 Röhren in einer Rakete. Rolle die Waldfee. Trennung. Technisch. Ähm, habe ich zuletzt vor einem Upload hochladen. Carmenlein, schade. Ja, habe ich alle schon verwendet. Dann nehmen wir die Tags hier und schauen mal, was sich... Alter, das schaut schon aus wie so eine Saturn V, so eine simple. So, mega Kombination clever. Das Video kriegt, uh, 400.000 Aufrufe. 3.000 neue Follower. Wir sind schon sehr nah am nächsten Ding dran. Ähm. Ich verkaufe mehr Raketen. Lass mich wissen. Ah, cool. Schick mal Ihnen doch ein paar, äh, eine Info. Ein paar Dinge, die du brauchst. Äh. Oh, der Connector. Professionelle Replik. Musst du schon in den Shop schauen? Ich habe gerade einen Doppelbesteller eingeschaut. Okay, mach ich. Ich nutze den Dienst, um mehr Replikdien zu kaufen. Willst du sie auch fliegen? Natürlich nicht. Tadellosen Zustand. Also fast neu. Mit Sammlungen kennst du dich wirklich nicht gut aus. Vergiss es. Hol dir einfach die Teile aus dem Shop. Viel Glück. Wie viel Teile noch? 3.000. Okay, ein bisschen was habe ich noch. Äh. Okay. Die holen wir uns mal. Aber wie viel kosten die? Pinte Flossen, blaue Flossen. Was sind denn das für Raketen? Schwebendes Drehgelenk. Ähm. Ich würde gerne jetzt... Was können wir noch? Fähigkeitsarbeitet. Da brauchen wir noch ein bisschen was. Bauen wir ein Tor ein. Schwebe 20 Sekunden anzwischen 25 Metern und 50 Metern. Raketenstrip dies erreiche. Okay, das war der. Ähm. Ja. Ja. Uff. Mit einer Gesamtmasse von 500 Kilo 10 Kilometer reichen und dann weniger als 50 Kilo, ähm, 50 Kilometer reichen. Schau doch mal, was sind denn jetzt 500 Kilo? Wie viel wiegst du? Hö, das ist, äh, 500 Kilo. Mindestens. Du wiegst 17 Kilo. Was wiegt denn jetzt hier bitte schon so viel, dass ich das einbauen kann? 16 Kilo. 2 Kilo. Ähm. Gesamtmasse aber. Bedeutet, so ein Treibstofftank. Wenn ich jetzt so einen großen hier nehme, sowas hier, ein Algenfass. Das wiegt auch schon ordentlich. Bedeutet, wenn ich jetzt hier das nehme, außenrum unser Retro-Teil hier, sind wir schon bei 102 Kilo. Problem, ich krieg da kein, nichts vorbei. Ich brauch größere Teile rein, theoretisch. Das ist jetzt das Problem. Ich brauch fette Teile. Aber dann bauen wir doch, ah nee, weil das ist ein kleines Teil, ne? Wir bauen dann die fetten Teile. Und dann kommen direkt die Dinger ran. Ähm, und natürlich Treibstoff ohne Ende. So, schauen wir mal, was ist so. Was ist, wenn ich dich jetzt einmal drehe? Ich versuche jetzt mal ein bisschen ordentlicher zu bauen. So, dann wiegen wir 522 Kilogramm. Okay, das ging einfacher als erwartet. Und jetzt hat dann noch was obendrauf mit unter 50 Kilo. Vielleicht sollten wir anders anfangen, ne? Aber Leute, ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Ich habe euch gefallen. Wenn ihr ja, lasst euch einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.